Weißt du, auf dieser Welt da, da gibt es Leute wie mich und gibt es Leute wie dich. Und Leute wie ich verspeisen Leute wie dich zum Frühstück und scheißen sie wieder aus. Du bist nichts als Abschaum, eine elende, in Verkehr gebrachte Gattung. Und Aufgabe meiner Gattung ist, Elemente wie dich auszurotten. Devil kommt rein in die Wäppels, ja, und ihr kriegt verleise die Fresse. Beherrscher der Untermenschen, die in der Hölle brennen wie Wunderkerzen. Steigt in den Regen und du male, wirst dein Seelen, grenzlige Lage wie Anal oder Gleitreben. Ich verursache Brüche, als wäre es kriminell, macht mehr Leute higher als der Hippie-Trends. Dein Brustkör knackt beim Duell mit Devil. Das Game ist mir zu einfach, nur Huren im Level-Fots. Normal, dass sie mit ihr nicht zurechtkommen, aber deine Perle wird zurechtkommen. Öffne deine Bauchdecke, entfernen lässt sich dein Darm. Ich mal den Teufel an die Wand, tagge ich meinen Namen. Bei dem Niveau kann ich mir den Konta aufsparen. Die 31 im Namen, beschreibt die Opferauswahl. Ich entferne eure Lunge und die Jägermeisterleber. Scheiß auf Preisgeld, denn ich will doch nur die Seele meiner Gegner.